Hei, Meron, Behezris Hashem ist Burrach. Der 10. Pairig im Beschtes, Ne-Duram, Daffsamach seien. Ihr läuft da ein bisschen, also es halt mich schon do, mein Eidchen Ending in dem Beschtes, aber geblieben für Jens zwei Procken. Die letzten zwei Procken mit Oissig, im Wiesel mit Zerstört, an Eder, a Tate mit Amman, auch der Heilige Mischne, Daffsamach wuf, und mit Beis vernehmt, Naaru, Anaru. A 12-jährige Kind, 12-jährige Meidle, haben wir Eurusu. Sie hat schon genommen eine Eiris, und sie hat schon eine Eiches, und das ist gemacht, die Kassene, und das machen wir beide zusammen, die Kassene und die Eiris zusammen. Aber damals gewöhnt, die Eiris in Köln, und das sehen wir später. Und als ihr macht da eine Eid, der ist, wie ihr Eibala, das hatte mit ihr Mann, und Maffieren, in der Dureyu, sie sterren, in der Neder, Daffsamach seien. Sog dem Wiesel, wo es, der Zeich Haifero af, der Tato zishteet der Neder, weiloi Haifero abal, in der Mann hat nicht zishteet, oder Haifero abal, der Mann hat zishteet, weiloi Haifero af, ein, Oimäfer, wer tust nicht zishteet. Die Gmur hat schon gefragt, wo es fehlt, wenn du zu suchen noch einmal? Du hast doch früher angefangen und wie du bei allem, wie du nicht vorstest. Wenn du zu Hause bist, wenn du nicht so bist, wenn du nicht mit ihnen suchst, wenn du jemand suchst, dich will, wie du nicht vorstest, ist sicher, dass du es bleibt. Die Gmur fragt, wo ist der reich? Du sagst, wo steht in der reich? Wo steht in der reich? Wie ist der reich? Wie ist er bei allem, wie du nicht vorstest? Der Tate mit dem Mann zerstört in der Nähe. Wo darfst du noch einmal sagen, wenn du jemand nicht zerstört ist, nicht zerstört? Und wenn du Mure meinst, du sagst, ich wollte wenigen können sagen, dass du nicht leistest, wo du einen reich mit dem reich mit dem reich? Nein, sie sagst, dass beide, nur ich und ich und ich und sie, auch ein reich mit dem reich. Und wie sie auch ein reich mit dem reich mit dem anderen? Wie ist der reich mit dem reich? Du sagst, dass du es nicht zuerst ist, dass es nicht zuerst ist. Ich fragte die Gmur, warum darfst du dich zuerst sagen, wo darfst du dich sagen? Wenn du einer zu dich wollen? Ich sagst mich klar, dass beide dürfen zuerst sein, und beißt durch die Nägel. Also du sagst mir, beide dürfen zerstören. Niveau darfst du sagen, ich bin jung, als euer Bein hat mir kein Gewein, ist nicht zerstört. Lass mich nicht mehr wissen, hast du, Madach, je schleim, als nur euer Bein zerstört ist. Ist es gut nicht? Ist kein Gewein, wenn du mein Gewein riechst, darfst du mir jetzt sagen, ist nicht gewein, ist nicht gewein, ist nicht wirklich nichts, die hat dich schon ein Problem. Er ist keine Gewein, wenn du mir nicht mehr wissen zu lassen, wenn du sie mit dem Gewein wirst, wenn du sie mit dem Gewein wirst, wenn du sie mit dem Gewein wenn du sie mit dem Gewein schicken, ich bin mit Gewein. Später kommen weiter, die Verzeih und schauzeih und nach dem Motto, all der Kommer in der Art, ... die Gätschühe, in der Zogtazwuss, in der Zogtazwuss, Also wenn wir nicht sohieran, dann auf der Nieder, in der Gätschühe, in der Automatik wird aus dem Nieder, und dann wird aus dem Nieder. Es ist mehr Zeit, wenn ich meine Mutter euch kenne. Der Mann hat mit keinem gewöhnt. Er hat sich mit keinem gewöhnt. Weil er kann dich jetzt zerstören. Jetzt soll sich mit Zara zerstören. Mit der Friede zerstören von dem Vater. Kommt, wir landen, wir füren, schneien, wir passen. Beide dürfen zerstören auf einmal. Das ist nicht Jinx. In einem Uten. Das heißt, ich kann nicht mehr mit. Ich habe jemanden zerstört. Aber wenn du zerstörst, hat es keine Kraft. Es ist nichts falsch. Bleibt der Neidr, der Neidr. Du siehst die Kirche von den Menschen. Jetzt sehen wir, wie die Teure und der Heilige Teure. Wie sehen wir, dass der Teure sucht, als ein Mann mit der Tat zu zerstören an Neidr beim Naar und am Eurussu. Sucht der Heilige Gemurre. Wenn Naar und am Eurussu, also wie er überlebt, mit vielen Dorei und die Hals mit, ist Minula. Wie lernt man es heraus? Und er hat einen George. Und meine Damen, seid ihr dich drauf und wie sich werdet ihr meinen Eich. Das war ja auch immer ein Mann. Wo ist ein Mensch, sondern man hat eine Kündigung für einen Mensch. Das ist ein Mensch, wo ihr euch ein Eich. Und wie sie sich überlebt, wettet ich nach Deir, und wie sie auf der Tat. Das ist ein Floch. Aber mit einem Eurussu, die Nachdenken, da war jemand, die Neidr. Geht nicht? Ich verstehe den ganzen Pus, ich verstehe. Ich muss das jetzt auskneten. Ich verstehe den Mann, wenn ich hier mal eine Schildklinie rauskriegeh. Wie weiß der Mann von Riesse. Ich weiß der Mann von Riesse. Ich weiß die Frage, wer bäische Panisch ist, und der Dürttet. Bäische Panisch ist ja auch noch Dessern. Bei mir ist der ganzen Pus sich, die hohe Position ist, so. Ich verstehe den Mann, was ich? Lassen wir t chamado Desseren. Das ist eine Schwertigkeit, wir haben eine Schildklinie. Ich habe die erste Befragung, wenn ich die Zeit mit drei Gruppen und siehe Lommelie muss verhältst du zwei Psyken, wenn ich mir zu lassen habe, dass ich mich verbekomme, aber der Mann kann nicht zerstören, dass die alten Dürren ist, stimmt. Wem weiß ich schon eine Dürren, als weiß ich schon, der Dürren für jetzt. Das kommt mit eurem Arbeiten an. Ich darf zusammen sein und mit Beis zu dem Gehmehrich verstehen. Und dann, 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 Ich frage dich mal, wenn du dich einst und dein mal hörst, wie du wirst, wie du auch gerade einst? Und wie du bist? Wir sind hier, um zu sehen, und zu sehen, wie du bist? Ich bin nicht so schön. Wenn du bist, ist es gut zu sein, wenn du sie in 10 Jahren bist, und wie? nuitsar Regarding die dyschenden родitariras siehst die ätermilie als Hilfe in der talkt die dyschende die 상황 für den banken dich la ström aber nur keine ute mehr die 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 wird sche cloudy priya der der oder allein zerstört. Wenn du das Bösen die Leid anstiegst, ist, dass du das Bösen, wenn du in eine andere Böse bist, wenn du mit einem Bösen bist, wenn du ein Bösen bist, ist, wenn du ein Bösen bist, dann ist das Bösen, da ist dein zweite Bösen. Da gehst du schon mit den Bösen, das Bösen mit den Bösen. Aber ich frage dich mal einmal auf die beiden Ores. Der Tate, der Tate kommt in den Ores. Aber der Ores liegt einmal einfach. Ich frage dich mal auf die Kürze. Wenn die Ores nicht verblendet, die Ores nicht verblendet, die Ores nicht verblendet. Aber ich frage dich mal, dass die Ores nicht verblendet. Aber sie hat nicht verblendet. Das will die Ores nicht verblendet. Was nicht verblendet jetzt? Wie weiß ich selbst, dass es jemand der Ores nicht verblendet. Er sagt, sie hat als wenn ohres nicht zum Beispiel sein Körper allein ist. Rodman sagte, sie -, warum soll er dich verblenden? Dann fing die Oresовых mit Barsch an. Die Reine uns nicht verblendet immer mit dem Anfang der Tate. das stück für die Recher Sofir, ja? Soll ich sie schön, wenn sie kommt in der Durem, oder es meint für Lechidei, ich schlaube mich auf, mit Boi, und sie bald die Toile schreibt, als noch die Gassen zerstört der Tate, weiß ich, dass der Mann, weiß ich, dass wenn der Mann, der Mann, der Tate, weiß ich, dass wenn der Mann, der Tate zerstört, weiß ich, dass der Mann, ich sage, dass wir beide zusammen sind, und ich frage mich, ob wir einmal werfen, dass ich eine Durem, wenn ich eine Böhme habe, und ich frage mich, wie fragt mich, wenn der Mann, 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 weiß ich, dass der Mann, 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 das andere, aber auch, also, ich frage mich, ich frage mich, Weil der Teure schreibt dann extra Pussig, als nur der Gassene, kein EZ stehen. Der Gassene, der Gassene, kein EZ stehen. Im Beisischen, der Dure, der Dure, aber nicht Lafike, der Friedige. Ist weiter als Kalle, der Gassene auch nicht. Nicht Kalle. Als Ure ist keiner auch nicht allein. So, du musst nie. Ich meine, nein. Wenn man eins gesehen hat, bist du gerecht. Weil Ure Smeifer bekeut man. was du in, Sjö, in Dureu oder Leu? Wie kein Sein in die Uhr, welche Sie stehen, in der Friedge in der Durung. Eile Meilen laf, mit dem Shremschüt Fassay Daaaf. Meine Meilen ist klar. Als Zachareu am großzu, Balle wo Wion. Noch ein kleines Stückchen geisser. De Bäer besmult, wudafsamme Ghest. Noch ein kleines... Noch ein kleines, noch ein bekor. Wie sieht, als sie Bääl in, Wion mit Fierne Dureu. Er ist ein Mensch mit einem Mann, einem Mann, einem Mann und einem Mann. und einem Mann zu einem Mann, und einem Mann, mit einem Mann und einem Mann. Der Mann, der Mann, der Mann und der Mann ist auch immer wieder. Wenn du das sage, wenn du das sage, wenn du das sage, ist, wenn du das sage, ist, dass die Kirche, die Dose ist, ist die Kirche, die Dose nerträglich, die Dose ist. und ich werde mit dem Arbeit tun, und dann gehe ich auf die drei. Wir machen es darauf, dass ich den Rabbi wiederum... Wenn ich dann an das, meine Frau beginne, einer anderen Seite der Arbeit habe, und ich mache es darauf, dass ich durch das Herz leite. Ich hoffe, ich habe die Tch. und der Rabbi in der Was, das Lord leite auf der Ress grosse der Tch, und wenn er das tun ist, dass ich daran arbeite. Das sagt mir, dass ich es deutlich will, Wenn die Einheit gelegt, was alle hier ... Wie ist das? Nein? Ich bin die Einheit. Ich bin die Einheit. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin die Einheit. Ich bin die Einheit und den Einheit. Was soll ich mit dir? Die Frau schon mal kurz. Komm mal, wir kennen uns das heisst. Komm, komm, wir zerstören! Also, wir müssen uns übernehmen. Geh mal zur Tür, suchen die Wörter, verstände die Wörter. Wir müssen uns über die Wörter etwas verändern. Wir müssen uns nach Amarusu, Wiyu, Bala, Psykem. Jetzt ist es, jetzt bin ich ein bisschen, ich muss es gerne helfen, dann wird es für uns besser, noch besser, noch besser. Es ist ein Tag, der sich in der Woche umgekehrt. Denn es ist ein Tag, der sich im Leben befinden. Aber ich finde es gut, aber ich habe schon ein Gehetsch, das haben wir im Leben. Wir wissen, dass ich das Leben richtig gesagt habe, und ich sage euch einen Gehetsch zu dem Leben. Ich sage euch, wir machen euch etwas für dem Leben. Ich sage euch, ich sage euch, ich sage euch, ich sage euch, Es ist sehr schwer, sehr schwer. Keiner apprecieert es nicht. Wir suchen uns nicht zur Ruhe, Kuhne. Keiner ist nicht schmarrig. Malamut, malamut, aber du hast malamut. Du bist auf Gunnisch. Ich arbeite mit Diamanten, ich sitze mit jüdischen Kindern, und ich rede mit sie, ich schmeichel sie, und ich baue sie auf. Wer hat noch malamut? Ich habe die Kuh laufe, die ich ins Schlese angewitzen hatte, was es eine sehr wichtige Sache, die ich da von den Schlesen und Schlese. Wie ist es eine wichtige Sache? Das war die Kuh in Neusee, die ich ins Schlese und Kinder habe. Boah, eine Schreckliche Sache. Wann du sie mal hier? Schreckliche Sache. Eine andere Sache. Eine andere Sache. an den ich von der kleinen Kinder lernte, der Janski. Die wusste auch, ein paar Kinder haben sich verschmerzt. Als sie wussten, sie singten sie, sie haben einen Geschenk, sie haben einen Mist, sie haben einen Mist, sie haben einen Mist. Der Mensch hat sich auch mal mit dem Platz geplant. Ich denke, er hat sich als Kind geplant. Er hat sich nicht mit dem Schwer gearbeitet, sie hat sich nicht mit dem Schwer gearbeitet. Sie schmeckt und sie versteht sich, sie alle begutten, es geht nicht ganz gering gearbeitet, wie sie packen ein Kind. Wie sie packen ein Kind sind gering gearbeitet, weil sie mit der Windel. Aber das Kind von drei, vier Jahren, was ist mit den Häusern? Es ist ein Wäulingel, es ist ein Wäulingel, es ist sicher nicht. Und es hat nochmal geschehen. Pssst! Baut auf, jedes Kind, Baut auf, neufig. Das ist moridig, nein. Keine Seite nicht. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, die... die Heerstoff auf die Hand machen. Aber warum? Es macht sich immer wieder an einem, was ich geschehen bei jedem anderen, wenn man am Lammus geht, es ist ein Wäulingel, es ist nicht push, nicht push. Moierde, moierde, sagen wir, wenn man am Lammus geht, mit dem Herz. Es ist schwer, Menschen sind das nicht mehr. Keine Seite nicht, keine Seite nicht, wenn man am Lammus geht, keine Seite nicht. Keine Seite nicht. Keine Seite nicht. Die Arbeit schwer, die knäht, ja. Er knäht die Matzebeker, aber, was ist das schwere Arbeit? Der Tag, kriegt sich mal hier. Das ist das schwere Arbeit mit der Hand. Aber das... Keine Seite, was ist das weg, wenn sie vor die jeden Tag, sie kann nicht sagen, ob sie anders gehen. Das ist schwer. Ich weiß nicht, wie es jetzt an der nächsten Rege ist. Er kann nicht, wenn sie nicht folgen, er kann nicht, er kann nicht tanzen, er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht alles lernen, zu tun. Stark sind wir Lammus.